komisch ok, na Leute, dann würdet ihr, naja, jetzt hab ich Verspätung, ey, welche stehen bleiben muss hä, ja, hab ich ja Verspätung lol, das sieht hier mal, wie es aussieht, wenn ich mal Verspätung aber, oh, ok, Musik aus Alter, du spiel leckt so, 200 Meter hab ich noch, dann muss ich, ist der Bahnhof da, einfach jetzt mit voller Kanal 50, 60 da rein, wenn er es schafft dazu mit 60, schaffe ich? Nee, 55, nee, doch, ich schaff 60 Digga, ich bin einfach so ein Profi, ich schwöre, ja, hab mal gesehen, Alter, ich glaube, vor kurzem bin ich, ja, wollte ich in den Bahnhof reinfahren, weiß jetzt nicht, ich glaube, Haselhorst und, ähm, ja, ich bin einfach so schnell reingefallen und den hab ich nicht mehr geschafft abzubremsen also, wie soll ich sagen, ich hab den verpasst, das heißt, ich bin ja so, das heißt, ich bin nicht stehen geblieben, sondern ich hab einfach gleich weiter Gas gegeben, weil ich hab schon gesehen, dass ich durchfahre ey, ich will den Zählchen Bahnhof jetzt verkacken ich hab ja gedacht, ich mehr im Profi, also ich schaff das und wir haben Brot warum haben wir, oh, ich hab ein bisschen zu doll gebrannt, sehe ich gerade warum haben wir schon wieder rot, warum ey, Leute, ich fahre mit 70 rein, ich schaff das easy, schön zu bleiben jetzt haben wir wieder rot los, ich bin ein minuten zu spät, ich hasse jetzt nicht, ich bin ein minuten zu spät, denn ey, blablabla ey grün oh, schitte, ey ang warum hab ich denn schon wieder rot, das kann doch nicht sein, Leute das regt mich so aus ok 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 ich muss bremsen brems 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 aber hä check ich nicht ok dicker ich hatte erschütter dich gerade ich überhaupt mit dem richtigen hab ich überhaupt nicht an ich hatte keinen licht angehabt die ganze zeit halt's maul wenn ich anhabe es ist grün oh es ist grün muss ich mal weiterfahren 2 minuten zu spät ey 19 minuten ey dicker es war rot habt ihr das gesehen oh toll es war rot es ist schon wieder da hinten gelb und er zeigt mir da monitor an das ist da hinten schon wieder gelb warum da wo die rote ampel da vorne ich bin nie pünktlich auf die rote fallen aber sonst hallo nur an der endstation nicht pünktlich what the fuck aah 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 Ja komm Leute, ich fühle mich auf der Kurve stehen, hier vor der Anapel, pass. Eigentlich fahre ich ja bis zu durchfahren, aber ich habe jetzt keinen Bock die Kante zu 7 durchzufahren. Oh Leute, ich sehe gar nicht was auf der U-Bahn steht. Da steht nicht einsteigen. Ich hoffe es dir hat euch gefallen. Wenn ihr dann like das, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, ich spiele? Hey. Was ist das? Hey. 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 Hey.